So, jetzt aber. Jetzt habe ich die In-Zoom-Empfindlichkeit geändert. Trefft direkt viel besser. Lol, es ist echt so. Ich fass es nicht. Nee, die sind besser als ich. Also mein Ziel ist auf jeden Fall... Jo Leute, wie geht's euch? Heute gibt's wieder ein neues Call of Duty Vanguard Video. Und dieses Video ist auch in Kooperation mit Call of Duty selbst. Also die haben mich gefragt, ob ich das Spiel an sich auch nochmal ein bisschen zeigen kann. Ich zeig's euch ja sowieso. Wir spielen heute wieder Multiplayer. Und es gibt tatsächlich auch quasi eine neue Folge chilliges Snipen. Wir werden heute mit der Sniper reingehen. Ich zeig euch heute die K98, die man als letztes freischaltet. Die ist wirklich die beste Sniper in diesem Spiel. Die macht richtig, richtig Laune, wenn man die richtigen Aufsätze spielt. Weil es gibt ein Problem, dass die ZV-Geschwindigkeit relativ langsam ist. Und man die erst halt in den hohen Leveln mit den ganz letzten Sachen überhaupt schneller bekommt. In den meisten Fällen. Deswegen, das hier ist soweit gerade meine Klasse hier mit dem kurzen Schaft noch ausgerüstet. Und das Sniper-Gefühl ist wirklich sehr, sehr geil. Also das kann ich nicht anders sagen. Auch wenn es halt manchmal sehr schwer ist, gegen die Gene anzukommen. Das werdet ihr in dem Video heute sehen. Vanguard ist ja jetzt offiziell draußen. Und ihr könnt auch über den Link in der Beschreibung, den findet ihr ganz oben. Einfach mal euch reinklicken, ein bisschen durchlesen, was es noch in dem Spiel alles gibt. Und wenn euch die Videos überzeugen, könnt ihr es euch natürlich auch holen. Ich spiele auf PC und bin bisher auch hauptsächlich im Multiplayer unterwegs gewesen. Und ich will euch die Kampagne auf jeden Fall nicht spoilern. Weil ihr spielt da an allen Fronten. Das ist eine richtig krasse zweite Weltkriegskampagne. Und wie man da mit den Charakteren mitgenommen wird, habe ich so in der Kampagne auch noch nicht erlebt. Also ich will euch da nicht spoilern. Checkt das auf jeden Fall sehr gerne selber aus und spielt die durch. Und Zombies gibt es natürlich auch noch. Mal gucken, ob wir da die nächsten Tage und Wochen mal reinschauen. Und das knüpft auch an die Black Ops Cold War Dark Aether Story an. Also werden wir in Season 1 dann auch mit dem Main Easter Egg noch viel mehr sehen. Also das wird auf jeden Fall eine fortlaufende Story. Oh, äh, morgen. So viel zu Zombies. Und hier im Multiplayer können wir jetzt das Kampftempo so gesehen festlegen. Also ob wir taktisch eher mit weniger Menschen spielen wollen. Oder was wir jetzt in dem Video auch machen werden, größtenteils auf Blitz spielen. Ist wie hier schon steht ein großes Chaos manchmal, aber du machst halt oft viel mehr Kills auch. Und die Operator, die wir hier spielen, sind ja auch aus der Kampagne. Und die Polina zum Beispiel hat ja das Drei-Linien-Gewehr als favorisierte Waffe. Wenn ihr das zum Beispiel spielt, bekommt ihr nochmal mehr EP. Grüße gehen auch nochmal raus an Call of Duty für die gemeinsame Zusammenarbeit hier. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und ist einfach so eine Ehre als Call of Duty Creator. Jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Let's go. Und damit herzlich willkommen, Leute. Zu Call of Duty Vega. Let's go. Das Perk ist so geil. Sieht genau, wir liegen da in den Ecken. Ach schon? Ey, ich wollte die Aussicht genießen. Warte mal, wo ist denn hier ein Gegner? Unten, unten, unten. Warte, jetzt bin ich 60. Max! Oh, Hitmarker. Feindliche Kleiderbomb. Ich bin hier komplett im Haus. Wahrscheinlich trifft sie mich auch. Was? Ich mache No-Scope über die Entfernung Hitmarker durch die Wand. Wie kann er mich sehen? Wie? Komm. Komm, so nämlich. Komm, noch ein paar hier. Sieht so geil auf dem Dach. Also das sind wirklich, ich muss mir die Killcams jetzt einfach mal mit euch angucken. Die Leute sind einfach Götter. Zwei Kugeln wieder mit der STG. Leute, spielt doch mal ein anderes Schumgewehr. Nee, die sind besser als ich. Also mein Ziel ist auf jeden Fall... Ja. Nie im Leben! Ich wollte gerade sagen, das Ziel der Folge ist, einen krassen No-Scope across the world zu machen. Ich mache ihn first try. Also mein Ziel ist auf jeden Fall... Hast du... Ungelogen. Da geht das Sniperherz auf, Leute. Komm, dann machen wir einfach zwei. Cool, sagt er. Ist jetzt auch nicht schwer, ne? Das kriegt jetzt nichts Besonderes. Jetzt hör auf, nee, komm. Das war schon in Warson immer so, das musst du jetzt nicht schaffen. Sie nehmen Able ein, warte mal. Able? Warum lassen die mir keine über? Ich merke, die Stimmung, die wird von Video zu Video besser. Im letzten war ich noch so ein bisschen angekrampft, weil ich Gold halt unbedingt haben musste. Aber jetzt... Los, guck ich. Du brauchst du Gold nicht mehr? Nö. Wozu denn? Also jetzt halt nicht für das Video. Das ist halt ganz gut. Das mache ich erst im nächsten oder so dann. Max, ich sehe dich da campen. Ich spiele Sniper und mache nur Hitmarker. Hör auf. Guck mal, zack. Ich habe jetzt mitbekommen, dass man die Operator, wenn man die ganz hochlevelt, die haben so ein Special Character auch dann, ne? Haben sie. Ich weiß nicht, ob das... Ist das der letzte Skin einfach dann immer? Oder... Doch, hier steht nichts dabei. Das ist der finale Polina Skin. Warte mal, Vorschau. Ins Gedärm. Was? Alter. Machen wir wieder offene Visierungen einfach. Ja, hab ich ja nicht. Unfair. Ja, dann level doch mal. Guck mal. Das läuft doch super. Zack. Hier rein. Zack. Einmal kurz den... Ich mach nur Hitmarker. ...weck vom Boxen. Stirb. Oh, ich habe ihn echt noch geholt damit. Ich komme hinter dir. Habe ich gerettet. Gerettet. Kommen wir noch mehr durch die Tür? Oh, wie viel er ist. Oh! Ich kriege hier die ganze Zeit Granaten hinterher geschmissen und soll ich... Oh! Double Kill. Mit der Nate, die ich zurückgeschmissen habe. So nämlich. Schön. Guck mal. Jetzt hör doch mal auf, mich hier. Die Map ist halt... Guck mal, die spawnen... Das ist halt schon Chaos, ne? Auch, ja. Da muss man erstmal... Und mit der normalen Waffe ist die echt geil. Das ist mein Lieblingskater. Da mach ich immer über 100 Killz. Er ist halt so das... Das neue Shoothouse irgendwo. Ja, ist schon besser als Shoothouse auch, ne? Ja, er kommt auf die Waffe halt an. Oh, hier sind wieder so alles nur Nades und... Zack! Hab ich dich. Ja. Man muss halt schon... Sehr, äh... Crazy sein, wenn man hier snipet. Ja, boah. So eine langsame Sniper ohne Aufmerksamkeit. Zack. Nosekop! Ah, es schießt zu langsam. Hätte ein Triple-Colette Nosekop werden können übrigens. So wie der hier. Und... Noch mehr? Wo war ich... Wer schießt denn überhaupt auf mich? Ich seh das einfach gar nicht. Ah, guck mal. Only Sniper über 40 Killz, wo andere hier so 60 machen, 50 mit normalen Waffen. Bin ich jetzt schon stolz auf die Runde. Ich hab das Gefühl, dass die Leute so schnell über die Map rennen, dass ich, wenn ich irgendwo hin-Hardscope bin, die huschen einfach durch mein Visier, ohne dass ich reagieren kann. Ja, ich weiß. Zack, 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 zack. Und... Bumm. So nämlich. Boah, das ist so langsam. Ah, Nosekop. Ich mach einfach nur noch Nosekop. Ich mach jetzt ein geiles Sniper. Guten Morgen! So. Ist auch ein Sniper, wenn One-Shot ist, ne? Wer spielt so? Leute, neues Video auf 60er-FoV. Grüß dich hinaus an unsere PS3-Freunde. Ja, aber guck mal, ist eigentlich ganz lustig, weil... Es ist ja ganz anderes Spiel auf einmal. Es ist ja ganz anderes Spiel auf einmal. Guck mal jetzt. Das haben sie halt gut gefixt, ne? Dass jetzt alles so schnell geht mit der Lobby. So, jetzt aber. Jetzt hab ich die In-Zoom-Empfindlichkeit geändert. Treff direkt viel besser. Lol, es ist echt so. Ich fass es nicht. So, Polina. Wir gehen jetzt rein. Oh ja, doch. Die mag ich. Der kämpft da unten auch einfach nur. Der liegt da sogar. Sitzt da in seinem... Hat der gerade einen Trickshot von der Karte gemacht? Wie, Trickshot von der Karte runter? Er hat dann einen Trickshot von der... Ja, mach mal. Muss mal einer kommen hier. Ja, da kommt einer. Hast sie? Kann man... Nee. Oh, aber das geht, Max. Lass machen für Video. Ja, komm. Geil, Mann. Jetzt kannst du ja raus. Komm, da hinten, da hinten. Bisschen Schneiderarbeit, aber... Mann! Ah! Ah! Ah, der hätte jetzt mal kommen können. Ja, so langsam kann doch mal einer hinten, oder? Du musst wahrscheinlich deinen Arm komplett dreimal über Tisch drehen. Ja, wir müssen. Warte mal, jetzt. So ein Kill vorher. Oh, da sind ganz viele. Hier ein. Nein, ei, ei, ei. Machst du jetzt mittlerweile den Trickshot mit der Bazooka, Max? Nee. Kommst du da drauf? Da sind ganz viele. Da springen da runter. Da sind drei auf der Brücke. Drei auf der Brücke. Ich hab keinen. Mann. Ah, fast wie fein der Kill. Jetzt hätte ich ihn gehabt. Ja, ich glaube ich auch, aber das... Ich wollte das Game gerade nicht. So, jetzt aber rein hier. Du wolltest doch deinen, äh... Streak ändern. Hast du das so gehört? Ach, Mann, Max. Hinter dir. Schaff ich. Scheiße. Ach, ein Bajonett hab ich jetzt. Ein Bajonett hast du? Geil. Oh, geil. Oh, diese... Warum machst du das? Bam! Wenn ich jetzt hinter die komme, das wär so geil, Mann. Aber... Oh ja. Der ist weg. Nein! Also Castle, geile Map. Ja, mag ich sehr gerne, muss ich dir sagen. Wir sind jetzt auf Able aufgepasst. Da kann man hoch auf den Tag. Oh, guck euch die Hektische an. Die mach ich alle platt. Oh, hier sind noch mehr. Der war da oben gerade. Noch einen. Noch einen. Guter Spot hier anscheinend. Die spawnen alle da hinten. Okay. Was ist denn jetzt los? Bam! Danke. Hab ihn geneifed. Ah, ich muss irgendwie... Leute... Kommt da noch einer? Komm. Nein. Hab ich. Bam, Jungs. Leiderbombe raus. Kurz den Marshal anrufen. Komm hier runter. Komm. Komm, 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 komm. Double. Triple, double. Ich krieg's hin. Ich bin gestorben. Oder? Ey, das ist unglaublich, woher lang läuft. Komplett 2000er IQ. Und dann noch Gottes Aim. Dem gebe ich erstmal einen Daumen nach oben. Aber ich habe endlich mal eine geile Szene gehabt. Schön. Schneller, schneller. Jawohl. Es tut mir so leid. Komm her, komm her. Easy. Ich bin gerade so in meiner Zone. Gekommen, ne? Ja, ich kann nicht schießen. Über uns. Ich brauche noch einen Muni. Komm. Habe ich. Habe ich. Wo, wo? Durchs Löchlein. Da kann man ja auch hin. Oh, Leute. Habe ich nicht gecheckt. Ich bin auch hier so. Oh mein Gott. Das ist in Position hier, Alter. Was machst du denn hier, Marc? Ich habe da durch gerade einen ganz nach hinten bei dem dicken Haus geholt. 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 Gemold. Wett gepolt. Guck mal. Zack, wieder Flash. Danke, Leute. Es ist einfach nur... Einfach schön. Hit Marker. Man kennt. Gibt es noch einen Across the Map? No, es kommt mit mich glücklich. Da leuchtet seine Blitzfahne. Aber nicht mit mir. Naja. Ne? Die kriegen wir schon ordentlich auf den Deckel, wenn man will. Da, wieder. Wieder zwei auf einmal. Daneben sollst du nicht schießen. Spaß hat man. Das ist wirklich das beste COD seit wie vielen Jahren? Oh, seit drei, ne? Vier. Seit drei, was war das letzte Gute? Black Ops 3. Black Ops 3 war gut, ja. Das habe ich auch noch gespielt. Ja, so Multiplayer-technisch. Weiß nicht. Black Ops 3 war halt richtig geil. Und seitdem, so geil wie das hier jetzt, war glaube ich keins mehr. Wollen wir mal ein Black Ops 3 Video kicken? Oh, gerne. Ich habe das eigentlich überlegt, bevor Wenger draußen ist. Aber habe ich es eigentlich nicht gemacht. Oh. Der war gerade eigentlich. Let's go. Jetzt bin ich da drin. Der war drauf. Habe ich es irgendwie nicht gemacht. Boah, jetzt hier links. Es ist wirklich ein gutes COD. Und das sagt auch jeder. Wo, durch ich sterben. Ein Gurg. Ein Gurg. Ein Gurg. Ein Gurg. Ach Leute, weil wir erfinden die wieder dumme Insider. Wo sind sie denn jetzt? Eben schon, wenn sie da sind, jetzt schon, wenn sie hier. Wollen einen tricky shotty machen. Hit, Mark. Und ist es super. Oh, geiler Shot. Das bin ich. Das bist du. Also andere Kleine. Come on. Ich habe so viele geile Kirsten. Dann müssen wir für mich bauten hier. Ich habe es für dich gebotet. Wir beide halt. Ich schaffe es trotzdem nicht. Ich will hier unbedingt die Goldtahlung. Die sieht irgendwie so schick aus. Mit so dem Schwarzer noch auf der Waffe und alles. Der K98. Hm. Durch Sixty. Hit. Schade. Hey. Das Game ist so viel einfacher, wenn man so spielt. Wie? Mit. Mit normalen Waffen. Oh ne, nicht auf mich. Den haben wir noch. Boah. Wenn die sitzen, dann ist es ultra geil einfach. Hier noch was reingedügelt. Und dann hier oben. Jetzt hier, ja? Jawohl. Komm jetzt da, ja? Komm jetzt. Hier sind so viele. Komm. Ich will doch nur, wenn du meinst, so ein Spack geht. Nein. Weiß ich, wie du meinst, ja. Kill ist Kill. Und noch ein Kill. Komm, lauf mal rein jetzt. Ja, die können gar nichts. Zack. Oh, aus nächster Nähe. Komm. Hier sind zehn Leute. Und ich hätte, was? Weil ich sie langsam schieße. Ich hätte so ein Colette durch ein Dings machen können. Super. Top. Kommen hier irgendwelche Leute um die Ecke. Zack. Ha. No Scope. Ja. Jetzt bin ich dabei. Ja. Hier steht er noch. Komm. Und? 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 Nein. Also mein Ziel ist auf jeden Fall. Ja.